Wartzenbächeln Wartzenbächeln ist das hier zumindest wieder toll hier und jetzt kommt Obenthal Kreis Südwestpfalz und jetzt die 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 Kirche auf links sieht erstmal alles gesunder aus Das Land Wollen die irgendwo sein? Rumbtal Ja, das ist auch grün und das ist gut für uns Ne, das passiert Das ist ungefähr wahr Wollen 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 Wollen